Yo, servus Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir, AndiFIFA. Ja, wir haben heute mal wieder das Road to the Final Total Rush Pack für euch. Und ich hoffe, hier ziehen wir Besseres als auf meinen Main-Account. Auf meinen Main-Account, da habe ich vergessen aufzunehmen, Null, habe ich Zierich gezogen, GG's. Ja, im Endeffekt Müll. Wäre jetzt geil, wenn wir hier etwas Besseres als diesen, ja, ziehen würden. Huch. Dann würde ich mal sagen, lasst schon mal gerne ein Follower da, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Und, ja, denn 98% der Leute, die meine Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Wenn ihr dazu gehört, dann macht das gerne, lasst wirklich gerne ein Follower da, würde mich sehr freuen. Uns fehlen wirklich nicht mehr viele zu den 2000, also wäre echt sehr, sehr korrekt. Kuss geht raus und jetzt würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go, gern was. Nee, bitte nicht schon wieder, ziehe ich. Walkout, Z-O. Türki? Türki! Ist das etwas wert? Tschüss! Türki! Den kann man mitnehmen. Der sieht okay aus. Was kostet der Mann? Tschüss! Huch! Huch! Ja, Bruder, beschwere ich mich nicht. 2, 300k, 250 bis 300, perfekt. Nehme mal mit, der Mann. Köstlich. Kuss. Alter, Falter. Ich dachte jetzt, da kommt eine Mega-Flöte, aber, beziehungsweise, dass der jetzt 80k oder so wert ist. Aber Bruder, schüss, nehm mal mit. Schmeckt. Nur wie ich den einbaue in mein Team. Ja, okay. Ich kann Kale auf jeden Fall irgendwie raus tun. Und dann muss ich irgendwie auf den Franzosen-Link einfach gehen. Kann man ja nochmal ganz schnell schauen, bevor ich das wieder beende. Huch! Ja, das werde ich schon irgendwie geregelt bekommen. Der ist ja schon eh sowieso wegen den Icons auch auf Chemie perfekt. Alter. Ja, das ist geil. Das ist geil. Irgendwie bekomme ich es safe schon auf Chemie. Von dem her, ja. Gut, dann würde ich sagen, lasst, wie gesagt, gerne ein Follow da. Lasst ein Like da. Was hattet ihr aus den Packs? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut sie rein. Euer Andy FIFA.